Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Saki erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Geräte bei Pro 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Albon, Max Verstappen und Vettel. Riccardo, Norris, Sainz Junior und Kevin Magnussen. Grosjean, Peres, Lance Stroll und Ocon. Raikönen, Quert, Pierre Gasly und Nicola Latifi. Giovinazzi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Säge, 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 S Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. 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 Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Weiter so. 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 Das ist das. Das Ende des Rennens. Weiter so. sind es die Silber, weiter so. Das ist die Silber,